Dieses Autohaus hat ein Problem. Es kann trotz der vielen Werbemaßnahmen vor Ort nicht die gewünschte Zahl an Autos verkaufen. Es erreicht einfach nicht genug potenzielle Kunden. Um das zu ändern, lässt sich das Autohaus eine eigene Webseite erstellen, auf der die Angebote ebenfalls veröffentlicht werden sollen. Außerdem will es nun den aktuellen Fahrzeugbestand auch auf verschiedensten Internet-Autobörsen anbieten und vereinzelt auch Zeitungsinserate schalten. Sicherlich alles sehr sinnvolle Maßnahmen, um den Absatz zu fördern, aber die Pflege der Angebote verschlingt sehr viel Zeit, die das Autohaus eigentlich gerne in die Kundenpflege investieren möchte. Mit meinautohaus.de ist das kein Problem mehr. Neben der Erstellung einer professionellen Webseite bekommt das Autohaus zusätzlich ein einziges Tool an die Hand, mit dem sich der gesamte Fahrzeugbestand einfach pflegen und schnell in Printmedien auf der eigenen Webseite und verschiedenen Internet-Autobörsen schalten lässt. Sogar auf der eigenen Händler-Facebook-Seite, um eine noch größere Käuferschaft zu erreichen. Jetzt kann das Autohaus wesentlich effektiver arbeiten und die Absatzzahlen schnellen in die Höhe. Mehr Informationen finden Sie auf www.meinautohaus.de